Der Sinn ist eine Charity-Veranstaltung. Wir sind alle gemeinsam hier, um uns für eine gute Sache zu engagieren. Wir haben uns an die Kinder vor allem angenommen, denn die haben noch ihre Zukunft sozusagen für sich. Wir haben ja ein Projekt, das sie unterstützen, in dem sie zur Schule gehen können, Bildung bekommen, etwas für ihre Zukunft lernen können. Das ist ein Dancing Park. Ich muss wirklich haben, aber es schieft doch draus, geht vor ewig da dran, aber es schieft doch draus. Der Ort war bisher, jetzt muss man's doch nicht so stehen. Ich bitte dich, du mir ein Tröhn. Mein Mutter wird sicher durchdramt. Man bleibt so ein bisschen laut. Man braucht ein Stück an Bamm, ob wir ihr weh. So schnell, so schnell, so schnell, kommst nicht, ciao. Wir sollen uns nicht betrauen. Wird vielleicht ein letztes Glas ein Loh. Hey, dann muss sie auch wie du, ja du. Wenn ich in den Film hörte, dass ihr die Worten gesagt habt, dass alle eine Unterschiede können, jeden Tag, jeden Tag, und dass wir in unseren Kindern glauben müssen, habe ich gedacht, wie easy es ist, zu verlieren, und wie oft ich meine Hoffnung verloren habe. Und ja, wir manchmal einfach nur circleen uns selbst, und da ist ein großer Vögel, das ist in mir. Wenn ich hörte, dass ihr diese Worten gesagt habt, ich fühle mich eine Veränderung. Ich fühle mich wirklich so bewegt. Und ich habe dann einfach nachdem, und ich habe dann nach dem Film geschlossen, und sagte Michael, was kann ich tun? Erik und ich waren in den Film sitzen, und ja, wir waren wirklich geimpft, und wir hoffen, dass wir diese Message zu den Welt bringen und helfen euch mit deinem Wörtern. Du bist so eine große Frau, und ich bin so dankbar, dass du mit ihr gearbeitet hast. Danke, Jens. We have a big imprint in Africa, which is where it all began. After all, that's where I went, to study chimpanzees in 1960. I know a nape so cute, brown eyes, brown nose, Mr. H. Jr. With silver hair, a little tail, and white shoes, and a big banana in his hands. He just wants all you. Now we're 20 years old. We have Roots & Tutor programmes in 125 countries. We have members from preschool all the way through until university, and even some adult groups are being formed as well. Every group is choosing three projects. They choose them. One project to help people, one project to help animals, one project to help the environment. He says, I've traveled now for more than 25 years in the arms of Lady Chang in their arms Don't give up when something goes wrong in your life. Work hard that you can. Oh come, most of the stars Let Junior shake his tail He wants his tail Oh when he shakes his tail I can swear I hear someone say Everywhere I go there are groups of young people now with shining eyes wanting to tell Dr. Jane what they've been doing, what they chose to do, what they have rolled up their sleeves and accomplished to make this a better world for tomorrow. Smile, smile, smile I come back and smile Smile, smile Oh Mr. Ray Mr. Ray Julian Oh Mr. Ray Oh Mr. Ray Julian And the kids love being part of this because now they have everywhere in the world family. That's what one young man said. Even if I know nobody there's a group of Roots and Shoots I've found my family because we share a philosophy and we share a vision for the future and we're all prepared to roll up our sleeves and work. Travel and smile Travel and smile Oh travel and smile Oh please You're helping us to give our children a better future. So I really want to thank you very much all of you for coming. Reasons For reason For making Young black and Smile For making Young black and Because you're helping us and your family and your So I really want to thank you the Subtitles I really want to thank you for mission and your Vielen Dank.